Es wäre der Krieg und keiner geht hin. Jeder kennt diesen Spruch, aber schauen wir uns doch einmal unser Leben an. Ist es bei uns nicht auch so? Dieser will noch etwas von uns oder da haben wir etwas verpasst, da hören wir etwas. Und ja, was kannst du jetzt tun? Ich nehme in diesem Moment eine Karte aus meinem Farbkartenset und dann fokussiere ich mich den ganzen Tag auf das Wort, auf das Positive, was mir gegeben wird. Das ist ja dann für mich ausgerichtet und ich gebe dir jetzt das Wort, wenn du in einer mentalen Aufregung steckst oder gerade eine Wut hast oder so. Und dort wäre jetzt in diesem Fall das Wort Frieden. Und so kannst du dich den ganzen Tag immer wieder auf dieses Wort fokussieren und schau mal, wie sich dein Tag verändert.